Find the Pro. Wer ist der Profi-Spieler? Find the Pro Ex-Profi Edition. Habt ihr alle am Gesicht da verdeckt? Sydney ist auch dabei. Mal gucken, was hier abgehen wird. Letzte Find the Pro Folge war auf jeden Fall auch sehr cool. Mal gucken, was heute abgehen wird. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Let's go. Hättet ihr auch mal Bock, dass ich da vielleicht in der Jury am Start bin, Leute? Das ist schon auch mal lustig, ne? In der letzten Mal werde ich in der Jury. Und dann verkacke ich wieder so wie hier, wo ich dachte, der eine ist der Profi, der war der andere der Profi, ey. Das war noch mit Intro und so, ja? Find the Pro Ex-Profi Edition. Eine Folge, die es bislang so noch nicht gab. Ach, Robby Hunke einfach, Kommentator. Was ist mit seinen Augen? Heute suchen wir den Ex-Profi. Um die richtige Entscheidung am Ende zu treffen, haben wir eine Jury organisiert, die seinesgleichen sucht. Ex-Profi Benni Köhler, Hertha-Spieler Marlon Morgenstern und Ex-Profi Sidney Friedl suchen gemeinsam mit DIA den Ex-Profi. Freunde, neues YouTube-Video. Heute eine besondere Edition, was sich viele auch in den Kommentaren gewünscht haben. Wir drehen heute nämlich eine Ex-Profi Edition. Das heißt, wir haben heute ein paar ältere Hasen dabei. Es geht darum, wir haben sieben Fußballer mit am Start. Alle erzählen, dass sie Ex-Profis sind. Nur einer sagt die Wahrheit und wir versuchen das anhand verschiedener Challenges wieder herauszufinden. Ich freue mich auf diese besondere Edition und deshalb kommen wir auch direkt zur Jury-Vorstellung. Also ja, viele haben es bestimmt schon gesehen bei Bilo im Stream. Deswegen sorry. Können gerne wegschalten, tut mir leid. Ja, Mann, Bilo und ich in der Crew wäre auch geil, Alter. Das wäre nachgegeben, wir beide. Marcello und CR7. Mein Name ist hier Fußball-Creator und neben mir ein Mann, der schon ein paar Mal dabei war. Ja. Hi, ich bin Sidney. Nein, wie schüchtern. Hi, ich bin Sidney, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Und freue mich, wieder dabei zu sein. Yes. Hallo, ich bin Marlon. Ich spiele noch aktiv Fußball bei Hertha's U23 und mache nebenbei auch Social Media und YouTube. Hi, ich bin Benni Köhler, ehemaliger Fußballprofi. Gras, ist der alt geworden. Mit dem haben wir früher noch gespielt. Da waren wir in Berlin. Da haben wir elf gegen elf Pro-Clubs gespielt im Berlin-Stadion auf einem Bima. Das war so krank. Einfach im Stadion gespielt. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Ja, Weltklasse, Freunde. Wir haben auf jeden Fall zwei Ex-Profis dabei. Einen aktiven Fußballer noch mit dabei. Heute ist ja eine Ex-Profi-Edition. Bin extrem gespannt auf die Geschichten der Spieler und was die Jungs noch drauf haben. Deshalb kommen wir direkt mal zur Spielervorstellung. Okay, das sind alle Spieler, die früher Profi gewesen sind. Boah, das wird dann noch schwerer sein zu erkennen, glaube ich. Ich bin gespannt. Alright, hello guys. I'm gonna make it very short. I'm 34. Auch bekannt als die Nahrung der Götter. Für deinen Alltag kann das Bienenbrot der perfekte Begleiter sein. Wer gefällt dir gut, wer könnte, wer könnte, alle Kandidaten gehört. Erster optischer Eindruck. Sidney, wer gefällt dir gut, wer könnte unser Ex-Profi sein. Ex-Profi ist besonders schwer, muss ich selber sagen. Ja, das kann ja auch so Richtung Bäuchlein gehen, ne? Kennt man ja. Ja, wie bei dir, ne? Ähm, ich finde, er sieht natürlich ganz fit aus, Kemal. Ähm, hab ich auch schon ein bisschen was gesehen. Er ist auch 20 Jahre alt erst, ne? Ja. Dann vom Profil her und so, mir gefällt Schaha wegen, ähm, Wolfsburg LV. Die hatten, glaube ich, eine Meisterschaftssaison, 96er. Und hier Unioner, dem traue ich es auch zu. Den erfahren, 36, ne? Ne, 35, der erfahrenste Hase. Ähm, also ich muss mal vorab sagen, ähm, ich kenne hier einen Spieler, mit dem ich selber mal zusammengespielt habe. Ich werde nicht sagen, wer es jetzt erst mal ist. Ich werde es noch für mich behalten, weil ich auch nicht weiß, ähm, wie danach sein Werdegang ist. Also, wo er danach überall war. Aber, ähm, ich habe mit einem hier auf jeden Fall zusammengespielt damals. Ähm, ansonsten, ja, vom Profil finde ich Kemal so am besten. Ja, er macht einen guten Eindruck. Aber, da kann man sich auch noch denken, aktiver Fußballer und, äh, der maskierte Mann. Es geht ja um Ex-Profi. Ähm, auch, dass er Englisch spricht und so, ist irgendwie authentisch, dass er, also könnte sein, dass er irgendwo in der Türkei spielt oder gespielt hat. Ähm, ja, und ansonsten, die Story vom, vom Wolfsburger macht auch Sinn, dass er irgendwie mal bei Wolfsburg eine gute Saison hatte, da sein Debüt gemacht hat und dann, äh, in die Türkei gewechselt ist. Weil das schon, also relativ oft passiert so, vor allem bei unseren türkischen Brüdern, dass sie dann den Weg in die Türkei wählen. Die Augen haben wir verdeckt. Ja, ich freue mich, äh, am meisten auf jeden Fall auf Barry. Der macht, äh, der macht gute Laune. Barry. Ich hab Bock, dich gleich zu sehen. Bei so einer Ansage freue ich mich gleich auf Fußball. Ich würde sagen, fackeln wir nicht lange. Boah, Sidney hat so weiße Zähne den ganzen Tag krank, Alter. Damit fangen wir in der Regel immer an. Kann er irgendwas machen lassen an den Zähnen, das Sidney, oder putzt er die immer nur so gut? ... und dann kann unser maskierter Mann gerne auch anfangen. Okay, Challenge 5-Shot. Ja. Okay, wir gucken an. Boah, der kann nicht zählen. Fuß gebrochen, Gefühl. Schlag. Oh, hä? Ah, wollte er zu viel. 34. Der ist zu aufgedreht. 34. Du, mit 34 würde ich auch nicht mehr tryharden hier, ne? Ich würde so chillig. Oh, der ist niemals 34. Ja, würde ich auch sagen. Safe forever. Ja, safe. Absolute lost, der ist. Stimmt. Ich würde auch nicht sagen, der ist 34. Gute den rechten von links. Macht der aber richtig gut, ne? Nice. Der ist doch nicht 34 und noch so spritzig und so beweglich, oder? Ja, nicht schlecht. Ich finde, sein linker ist nicht so gut. Nicht so gut? Er hat so ziellich, aber du siehst, dass er diese, er hat schon die Schusstechnik und so. 35 Jahre alt. Gerne. Okay. Oh, da legt er genau in die Ecke rein. 35 Jahre, Digga. Er kommt immer so richtig in Rücklage beim letzten Schritt. Nee, der hüpft da mir zu viel rum. Bootkeeper. Nein. Der hüpft da zu viel rum, weil der läuft. Glaube ich nicht, dass der Profi gerade… Ich bin links, du es nicht verkehrt mit rechts, aber es ist halt so aufgebolzt irgendwie. Seine Schritte sind nicht clean. Mach, der knickt so am Ende rum? Wer ist denn, Mensch? Digga? Ja. Nee. Der war doch niemals Profi. Das war okay. Das war okay. Niemals. Nein, niemals. Okay, Kermal. Wenn du ready bist, kannst du dein jüngster Ex-Profi. Im Bereich Ex-Profi, aber so anläufenweise. Erst 1-1-1. Den anderen Ball? Das ist besser als vom ersten. Ja. Warum sollte der Ex-… also… Boah. 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 Alter. Boah. 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 Richtig flink. Boah. Was hat der da gemacht? Das ist echt stark. Boah. Digga, hast du Zubasa geholt hier? Richtig gut. Kermal gefällt mir. So oder so schon. Und der jetzt auch noch… Stabil. Trotzdem. Auf keinem Tor. Super. Jetzt haben wir seinen Touch. Richtig. Ja, gut gerettet. Trotzdem. Ja, ich schwöre. Also besser geht kaum. Ja. Woll ich gerade sagen. War schon… War zwar kein Tor, glaube ich, aber… Zwei, doch. Zwei hat er gemacht. Oder? Warte, 11 hat er gemacht? Ah stimmt. Gerne. Ein kurzer Anlauf. Boah. Digga, was ist ein Pferd, Alter. Welche Pose? Ist er IV? Ja, IV. Ist auch IV. Top. Ja, okay. IV ist was anderes dann, ne? Okay. Links war stabil. Aber ich vergesse mal… Ich fände das wäre geil, wenn die noch dazu schreiben. Guck mal, jetzt zum Beispiel als Tipp vielleicht. Oben links oder oben rechts sollte noch stehen, wer das ist und welche Position der spielt. Und vielleicht das Wappen vom Verein oder so. Wie die das auch im Intro machen. Immer nicht die ganze Zeit alles zu merken, wer wo gespielt hat und so. Das weiß man ja auch nicht permanent. So, wisst ihr? Am Ende klar. Wenn es weniger sind, aber gerade am Anfang, wenn es noch so viele sind. Ich schieße schlechter als ich dachte. Aber stabil. Schlechter als du dacht? Also ich schieße schlechter. Was hast du vorher gesagt, Barry? 32 Jahre alt. 32. Du hast gesagt, du rasierst alle… Ne, sowas Geiles haben wir noch nicht gesehen. Der beste Spieler, den du je gesehen hast. Genau das hast du gesagt. Barry. Ich sag, er ist es nicht, Digga. Das sage ich jetzt schon mal. Allein schon für diese Ansage. Oder der übertreibt bisschen so. Ich weiß nicht. Freue ich mich, mein Freund. Wenn du ready bist, gerne. Fünf Tore. Fünf? Ganz Anfang. Fünf von fünf hier. Schuhe ist es 48. Den ersten war kackt der. Geil. Nein. Erster 1 gegen 1, Barry. Er läuft bisschen so. Nee. Nee. Aber sympathisch, Alter. Schuhe sind auch zu groß. Der könnte Chameleon sein, Digga. Einfach FIFA-Übersteiger verkackt. Boah. Der Schuss war stark. Geile Schusstechnik. Flatti mal. Wie so ein Pferd, ich schwöre. Der verarscht uns ohne Scheiß. Der ist richtig gut, aber der verarscht uns nicht. Der macht bisschen extra. Ja, der macht bisschen Show. Der ist richtig gut. Scheiße. Und? Oh, er hat nochmal die eigene Kneche mitgenommen. Er ist richtig motiviert, ey. Gutesbury. Wenn du ready bist, kannst gerne starten. Links Fuß wieder. Okay, jetzt kommt ein guter Schuss. Von dem denke ich mir auch, dass er es irgendwie sein kann. Sag ich ehrlich. Irgendwie. Also vom ersten Eindruck. Flügel links verteidiger hat er gesagt. Ey. Stark, Alter. Ich erwarte was bei ihm. So LV? In Wolfsburg? Ich erwarte jetzt geile Schusstechnik. Ja. Vor allem mit links. Links Fuß. Ole. Ole. Boah. Stark geschossen, aber. Keeper, den pflügst du aber noch schön raus. Schön kurzes Eck. Okay. Ist gut, ne? Mhm. Ja, ich gewinne gleich meine Tendenz, aber am Ende. Der Tatsch war es nicht, aber eigentlich so, wie er den genommen hat mit Außenriss, das macht man eigentlich schon. Achmed. Wenn du ready bist, kannst du starten. Ihm erwarte ich auch irgendwie was. Der war komisch. Super. Oh. War er bei Mainz Profi, meint er? Mainz Profi, ja. Mainz Profi, ja. Hm. Sechser, Achter. Sechser, Achter. Nee, schwer. Das weiß ich euch alles gar nicht. Sechser, ein bisschen Beidflüssigkeit wäre gut. Lebt der Fuß noch? 150 Gramm Haarschuss. Schön. Guter Touch. Boah, Alter. Du hast ne Hacke. Bumme, Alter. Okay, Freunde. Nach der Falscher Challenge wählen wir jetzt mal einen raus. Danach werden zwei rausgewählt. Ähm. Benni, fang du erstmal an. Wer dir gut gefallen hat und wen du jetzt rauswählen würdest. Also. Boah, ich würde jetzt gerne die Gesichter nehmen, Alter. Ich hab jetzt auch nicht mehr alle im Kopf. Scory, danke für die vier Monate. Also ich glaube, ich hätte den, diesen Union-Typen rausgewählt als erstes. Weil er so komisch so galoppiert ist, irgendwie so komisch angelaufen ist. Wenn der Profi war, keine Ahnung, man würd's doch trotzdem irgendwie so ein bisschen am Anlauf erkennen, oder? Barry, entweder den oder Barry hätte ich, glaube ich, einer von den beiden. Nein. Aber Barry war sympathisch. Ich glaube, der hat schon eine Runde weitergelassen. Also gut hat mir auf jeden Fall gut gefallen, hat mir auf jeden Fall. Kema hat mir gut gefallen. Also, ich denke, der wird, also, der spielt noch aktiv Fußball. Aber ich glaube nicht, dass der Ex-Profi war, sondern eher so, der war schon sehr gut, Alter. Diese Übersteiger waren schon krass. Kann auch sein, dass er Profi gewesen ist und es nicht mehr gereicht hat. Ich weiß nicht. Kann auch sein. Sehr gute Bewegung, sehr flüssig alles. Ja, Maske hat keinen Namen, aber auch, ich hab's gleich gesagt, Linksfuß scheint ein... Ne, der soll 34 sein. Ich glaube nicht, dass der 34 ist. Ja, sag ich ehrlich. Der wirkt irgendwie jünger. Der war auch so spritzig und so, aber ein bisschen übermotiviert, fand ich. Ja, der hat voll übertrieben, fand ich. Bei ihm würde ich auch eher sagen, das Bluff. Schnicker zu sein, hat mich auch irgendwo bestätigt. Rauswählen würde ich jetzt als erstes, so leid es mir tut, aber ich würde da einfach Dennis rauswählen. Bisschen beim Schuss ist er mir oft immer fast in die Knie gegangen. Ja, ja. Und ja, ich mich nicht daran erinnern kann, dass die Union U23 hatte. Vielleicht liege ich falsch, aber kann ich mich daran erinnern? Er möchte auch sagen. Das war in der Saison 2014-15, das war auch die letzte Saison. Und damals hat man dann gesagt, dass sich die Reservemannschaft praktisch... Ich glaub, der lügt auch. Merkmalig, wenn der redet und sich am Gesicht kratzt und so, dass irgendwer irgendwie so lügt. Ist das nicht so? Diese Psychospielchen? Nicht mehr rentiert finanziell und die wurde dann 2014-15 aufgelöst. Ach, okay. Wurde aufgelöst, ja? 2014-15? Ah, okay. Und wir haben damals Regionalliga Norden gespielt. Und da war Union noch scheiße. Okay. Da war Union noch... Ja, da war es so genau diese Übergangs... Okay, verstehe. Aber du warst da Profi, du hast Profi-Vertrag. Mein Trainer war Theo Gries, falls er dir noch was sagt. Bitte? Theo Gries. Theo Gries? Ja. Ja. Warte mal. Der muss ja einen Profi-Vertrag haben. Aber du hast einen Profi-Vertrag dort? Wie bitte? Du hast einen Profi-Vertrag bei Union? Ja, also es war kein richtiger... Also ja, aber ich hatte die Zusage für bei der ersten Mal reinschnuppern, nur mündlich. Und ich hatte halt auch ein zerwürfenes bisschen Trainer. Es geht ja darum, dass du einen Profi-Vertrag hattest. Ja. Hattest du den? Hm? Hattest du den Profi-Vertrag? Okay. Aber der war jetzt nicht... Naja, der hat sich verquatscht. Der hat sich verquatscht. Aber ihn hätte ich von Anfang an auch ausgewählt. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ein Profi-Vertrag. Es kann sogar sein, dass er gut rein ist. Er hat viel gezögert gerade. Ja, ja. Und er meinte, er hat einen Profi-Vertrag, aber irgendwie nur reinschnuppern und das gibt es eigentlich nicht. Rein schnuppern? Du hast einen Profi-Vertrag, weil die an dich glauben oder eben nicht? Also ich kann sein oder ich glaube ihm, dass er bei Union so 23 war. Aber ich glaube nicht Profi. Ja, Benni hat sich ja gegen Dennis entschieden. Oder Benni? Bleibst du dabei? Bleibst du dabei nach seiner Story oder... Ach so. Bleibst du bei deiner Entscheidung? Hat dich das ansatzweise beeinflusst? Ich bleib dabei, ja. Okay. Mal gucken, was die anderen sagen. Ich bin gespannt. Also erstmal gefallen hat mir Kemal am besten. Ich habe hier einfach geschrieben, besser geht nicht. Ähm. Oder besser geht kaum. Der Mann mit der Maske hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Und ich würde noch sagen, okay, tja, war auch gut. Stabil. Und ich würde sagen, bei dir passt es auch irgendwie immer noch mit der ganzen Story bei einem so Linksverteidiger. Wolfsburg kann sein. Du hast einen guten linken Fuß gehabt. Meine Meinung war auch auf jeden Fall erstmal Dennis raus. Hätte auch Dennis oder diesen anderen gesagt, der zwei Meter groß war, der so einen stabilen Körper hatte. Der glaube ich auch eher nicht, dass der Profi war. Wobei jetzt so, wo er geredet hat, hat es mich ein bisschen stutzig gemacht. Dieses mit U23. Vielleicht ein Totsvertrag. Aber da irgendwie hat es nicht geklappt. Aber rein von den Abläufen her sah es nicht so rund aus. Deswegen würde ich auch auf Dennis gehen. Ähm. Ja, ich fand auch Kämmerl am besten. Ich habe auch geschrieben, perfekt. Nicht so gefallen hat mir Dennis auch. Weil der Ablauf war ein bisschen komisch beim Schießen. So der letzte Schritt war immer zu groß. Und Barry, aber ich glaube, Barry war auch sauer davor. Hat sich aufgeregt, dass er verkackt hat. Ich glaube, er kann noch mehr. Der ist so lustig. Wir müssen ihn weiter wählen in einer Runde. Und gerade dem hat sich Dennis ein bisschen verraten, glaube ich. Dass er nur geschnuppert hat. Union stimmt schon, da ist was dran. Aber ich glaube, dass Dennis es nicht ist. Eigentlich ist es egal, was ich sage. Ich hätte aber auch gesagt, Kämmerl. Kämmerl. Mit das Beste, was ich gefühlt je in der ersten 5-Shot-Challenge gesehen habe. Also ich kann mich kaum an einen Kandidaten erinnern, der es noch besser gemacht hat. Der war echt stark. Vor allem diese 1 gegen 1 Run, wie der den Keeper hops genommen hat. Das war heftig. Ich denke, mit das Beste, was ich gesehen habe, wirklich überragend. Ich freue mich gleich, noch mehr von dir zu sehen. Ja, ich würde mich auch entweder zwischen Barry und Dennis entscheiden. Aber diese Union Berlin U23 oder Reserve Geschichte. Dann auch dieses zögerliche, ja ich hatte im Gruppenvertrag, würde ich mich auch eher gegen Dennis entscheiden. und freue mich auch, Barry nochmal eine Runde weiterzusehen, auf jeden Fall. Dieser eine Hälfte ja auch, der war ja Innenverteidiger, das darf man auch nicht vergessen, dieser Stabile da. Deswegen ist es immer schwierig, da muss man auch gucken, welche Positionen die gespielt haben. Deswegen wäre es geil, wenn immer die Spieler oben mit der Position noch so klein eingeblendet worden sind. Der Älteste hier in der Runde hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich will Barry behalten wegen Comedy. Ja, geht auf jeden Fall besser, aber hat mich gefreut. Danke, dass ich dabei sein durfte. Viel Spaß an allen anderen Teilnehmern noch und ja, vielen Dank an euch. Dieser GTA-Sound. So. Also für mich Favorit, also bisher so, der war, kann sein, dass er Profi war und jetzt reicht das nicht mehr aus. Er war sehr stark. Er war gut und er, also eins, zwei, drei. Ich glaube, der mit der Maske wird es nicht sein, er auch nicht und Barry auch nicht. Also einer von den dreien. Denke ich mal so spontan. Also ich muss, ich schreibe mir das mal auf, nebenbei Chat. Ehrlich, schreibe mir das mal auf. Schreibe mal auf. Favoriten. K. Mal breiter IV. Wolfsburg. Also breiter IV ist es nicht. Okay, mal Wolfsburg und Finger hoch. Türke. Ich denke mal, das ist Türke. Breiter IV nicht. Maske nicht und Barry nicht. So, jetzt haben wir ja eh noch sechs, deswegen einer von den dreien. Das ist jetzt so bisher meine Favoriten. Okay. Oh. Oh, Bruder, er macht Karate. Boah, aber sehr unangenehm. Und wie spielt denn Barry da für Bälle, Alter? Barry macht zwei Mal spielen und danach ist gut gewesen. Boah. Bruder, der macht Torschuss, Alter. Barry macht einfach Torschuss. Was für Winn hast du Bälle, Alter? Die müssen viel sanfter ankommen. Barry. Tiefer. Du musst flacher spielen, ob der Ball-An- und Mitnahme. Auf Fuß. Ja, easy. Bruder, aber der ist trotzdem hart gewesen. Gut holt. Holt er gut. Gutes Rippling. Guter Spieler. Er hat gut gemacht, eigentlich. Für mich, er sieht nicht aus wie 34, der war. Jünger, Alter. Gute Bälle, Barry. Finde ich auch. Der wirkt halt viel jünger, viel agiler, spritziger. Merkt ihr das? Macht er super. Alter. Okay, thank you. Nächster. Kemal. Boah, ich freue mich auf Kemal jetzt, muss ich sagen. Machst du Street-Football-Vibes, ne? Jetzt Kemal, Digga. Der ist krass, glaube ich. Guck mal jetzt. Boah, starkes Dribbling. Alter. Boah. Sehr stark. Boah. Das war sehr stark. Das war heftig. Gute Socken, gute Schuhe, guten Haarschnitt. Er macht öfters deine Hose hoch. So ein Bein. Boah, wie schnell auch die Übersteiger, ne? Merkt ihr, tack, tack. Der reicht schon, ne? Der ist so sprintig. Ja, reicht. Schreibt wieder. Weg, weg. Weil die reich. Weg. Gute Bälle, ne? Jetzt bin ich mal auf Dinge. Aber als Innenverteidiger kann man nicht so viel erwarten, ne? Kling. Gut, gut, Janik. Da war gerade schon, Janik war gerade schon bei mir, Fragezeichen. Jetzt nochmal. Jetzt kommt Barry. Hey, Barry. Oh, der ist cool. Ja, Bruder, mach Tütchen direkt. Nimm ein Tütchen mit. Deni, Werbeck. Bruder, wo wollte der hin? Wo wollte der hin, der Barry, Alter? Er hat einfach komplett sein eigenes Ding gemacht. Der ist einfach komplett. Ouh! Eieieieiei! Sein Abfluss da, der Nagel der Guckerei. Den Deni, Werbeck. Ich stell mich wohl auf Geld natürlich. Daniel Sturridge. Ey! Oh, war da. Naja, er ist auf keinen Fall, er ist auf keinen Fall, ich würde ihn rauswählen. Jetzt bin ich mal gespannt, LV. Nicht so clean dabei. Bisschen Stress, aber gut. Gut gerettet. Boah, stark, sehr stark. Das war sehr stark. Top. Da kickt keinen richtigen Unterschnitt dran. Machst du viel mit links außen, ne? Hier hast du mit links außen, das mache ich auch gerne. Das habe ich auch mal gedribbelt. Ich habe viel mit links gemacht. Ihn hätte ich auch mitgenommen, auf jeden Fall. Mach der auch stark. Ja, stark. Ist alles in Ordnung. Deine Bälle fand ich jetzt nicht gut, aber das, was er hier macht, ist super. Das ist aber auch, glaube ich, schwierig auf die Distanz, so die Bälle genau. Das ist wirklich eklig. Der ist wieder perfekt. Ich bringe sie dir alle auf den Punkt. Nochmal? Ich bringe sie dir alle auf den Punkt. Bringst du die? Wollen wir mal gleich einen Test machen? Boah, mit den Schuhen kackt er nur. Wenn ich, willst du mal ein, zwei Bälle spiel, ich will das mal von dir sehen. Wenn du Bock hast. Mal gucken mit den Schuhen, ob ich es hinkriege. Machst du noch eine Aktion? Geil. Benni spielt jemand weiter. Lieber Barfuß. Deswegen hier nicht groß reden. Wer hier redet, der muss direkt hier. Das ist echt so. Dann machen wir uns auch mal so einen Durchgang machen mit Dribblingen. Nur annehmen erstmal. Gucken. Ja, bist du doch. War gut. Bist Benni links? Ja. Genau, der muss sich so zurückdrehen, der Ball. So, tack. Genau. Damit der den schön annehmen kann. Einen noch. Der Mann hat nicht nur geredet, er kann. Sogar mit den Schuhen. Stark, Benni. Tack. Ja, stark die Bälle. So Freunde, haben die zweite Challenge jetzt gesehen? Gerade hat Benni seinen Streichkandidaten gesagt, jetzt fangen wir mal mit Marlon. Von seinen beiden Streichkandidaten. So, okay. Ich sag euch mal direkt. Also. Ähm. Hier war ja meine Liste gewesen, ne? Also Kemal würde ich weiterlassen. Wolfsburg auch. Finger hoch. Türke auch. Wenn ich jetzt rauswählen würde, wäre ehrlicherweise, ich würde Barry rauswählen. Den mit der Maske würde ich noch gerne sehen wollen. Aber bin ich auch ein bisschen misstrauisch, dass der 34 ist. Oder diesen breiten IV. Aber als IV brauchst du auch nicht so viel Beweglichkeit. Deswegen ist es halt schwer einschätzen. Ich glaube, ich würde den IV noch lassen, weil ich gerne sehen würde, wie der in zwei kämpfen und so ist. Wenn man zwei gegen zwei spielt. Deswegen, ich würde jetzt an der Stelle safe Barry rauswählen. War jetzt genug. War lustig. Aber ich würde safe jetzt Barry rauswählen. Die anderen wäre ein bisschen zu früh, sag ich euch ehrlich. Also safe Barry. Wer dir auch vielleicht gut gefallen hat. Wir wählen zwei raus jetzt, ne? Also ich fange erst mal an. Oh, warte mal. Oh, zwei. Zwei wählen raus. Okay, dann. Oh, bei zwei, Alter. Warte mal. Dann würde ich... Oh, der mit Maske. Ich fand der mit dem Wolfsburg. Der hat schon gut gespielt, Alter. Der hat schon auch guten Schuss gehabt. Der Finger hoch. Türke war auch stark. Kemal war starker. Die würde ich auf jeden Fall drinnen lassen. Aber ich würde auch gerne diesen Breiten im Eins gegen Eins sehen. Aber ich würde auf jeden Fall... Ich würde es so lassen, die Liste. Ich würde die Liste so lassen. Also zwei von den dreien sagen, ich würde ich raus wählen. Die drei oben würde ich lassen. Mal gucken, was die Jungs hier sagen. Ich bin gespannt. Wenn ich mich entscheiden müsste für zwei, hätte ich jetzt gesagt... Sag einfach mal so... Der mit der Maske und Barry. Weil diesen IV, den würde ich gerne mal im Eins gegen Eins sehen. Oder zwei gegen zwei, was der da so drauf hat. ...gefallen hat. Da wieder... Kemal war überragend. Ich habe einfach wieder geschrieben, besser geht nicht. War top. Der Mann mit der Maske fand ich auch sehr gut. Hat eine super Technik auf jeden Fall. Abschluss rechts und links. War glaube ich ganz gut gewesen. Bei Yannick habe ich geschrieben, bisschen steif. Rest okay. Und bei Barry habe ich einfach nur geschrieben, geiler Typ, aber schwer. Das heißt, meine zwei Streichkandidaten wären Yannick und Barry. Einfach aber nur, weil... Also die anderen sind noch zu stark gewesen. Da seid ihr ein bisschen abgefallen. Also ich würde mit Yannick und Barry gehen. Also er wählt den Großen raus, okay? Also den breiter IV bitte rauswählen, okay? Aber ich hätte den trotzdem, glaube ich, gern noch mal gesehen, so als IV. Weil da siehst du dann genau, okay, ist der wirklich IV oder blöfft der nur? Und kann da einfach gar kein Fußball spielen wirklich so? Am besten fand ich auch wieder Kemal. Kemal hat wieder bestätigt seine Leistung von der ersten Runde. Dann... Schar fand ich auch sehr gut. Auch seine Flugbälle, sehr solide. Steine Frage, warum schwer? Das will ich mal gerne wissen. Ach so. Bruder, von mir? Ja so, man sieht an den Abläufen so, dass das auf jeden Fall nicht Profi oder Ex-Profi war. Äh... Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung. Du bist hier, weil du hast mit deinen Freunden eine Wette verloren oder so. Und äh... Machst jetzt hier ein bisschen Show. Ohhhh... Was? Feier ich, feier ich. Aber ich glaube, also ich weiß, dass es auf jeden Fall mit Profi oder Ex-Profi nichts zu tun hat. Wie redet er? Kann ich verstehen. Ich habe aber zweimal getroffen in der Challenge. Ich habe mich zehn Jahre nicht bewegt. Vielleicht kennst du die Schuhe, als sie noch rauskamen, neu. Sind ungefähr zehn Jahre her mittlerweile. Da wart ihr noch Kinder. Warte mal. Ohhhh... Warte mal. Ansage. PSV Eintof war noch. Aber warte mal. Ich habe schon am Anfang gesagt, mir geht es dir auch gar nicht um Tore. Ich hab da 20 Kilo mehr auf den Hüften. Ich war auch 80 Kilo. Siehst doch noch fit aus, ne? Siehst fit aus. Nein, aber was ich sage. Also mir geht es auch nicht, ob du Tore machst oder nicht. Du kannst von mir aus fünfmal verkacken. Aber wenn der Ablauf gut ist, wenn du... Die Bewegung. Wenn du eine gute Schusstechnik hast, wenn alles drum rum passt, dann sage ich dir auch, okay, ist scheißegal, dass du verkackt hast. Es kann trotzdem sein. Das war aber leider nicht der Fall. Und PSV Eintofen auf gar keinen Fall. Was? Aber... Ja, es sind die Richter am Sticheln. Deswegen fahre ich dich. Kannst du Niederländisch? Hä? Wo hast du mit ihr? Wo hast du das? O-Ochut. Was für'n O-Ochut? O-Ochut blärt. O-Ochut. O-Ochut. Okay, die guten habe ich ja. Zwei müssen raus werden, ne? Mal gucken, was Sydney sagt. Meine Votes bekommen Yannick und Barry. Yannick fand ich auch ein bisschen zu steif. Für FC Utrecht, erste holländische Liga, weiß ich nicht. Und genau das gleiche gilt auch für Barry. Er ist zwischen Genie und Wahnsinn. Er macht manchmal Sachen, die sind überragend. Wo die Fans aufschreien. Aber manchmal auch Sachen, da gibt es einen kleinen Lacher. Deswegen bleibe ich bei Yannick und Barry. Ich spiele Chaos, Bruder. Bei mir ist das so. Was sagt der? Bei mir. Ich versorge immer auf dem Platz für Chaos. Bei mir ist das so. Das glauben wir dir. Meistens aber im Profifußball nicht so gerne gesehen. Entweder Ball oder Beine oder Hütchen. Egal. Hütchen. Ein Stürmer. Der ist Lachkick, der ist korrekt. Der ist sympathisch. Hatte ich schon davor. Ich würde gerne mal gegen Marlon spielen, wenn er in Verteidigung spielt. Ich würde nicht gerne gegen dich spielen. Ich weiß. Am Ende verletzt der Marlon auf einmal. Ich traut sich nicht. Ich habe das Gefühl, dass du uns bei deinen Aktionen, nicht nur beim Gerede gerade, auch bei den Aktionen manchmal verarschen willst. Dass du es vielleicht sogar besser kannst, aber extra vielleicht ein paar Faxen machst. Weil es sieht sehr komisch aus, was du machst. Und manchmal hast du wirklich super Aktionen dabei, wo man denkt, das kann kein anderer. Aber trotzdem ist jetzt hier Feierabend für dich. Okay, du brauchst jetzt aber auch nicht schleimen, ne? Nein. Nein, ich schleim nicht. Aber für dich ist auch Feierabend, weil ich jetzt nicht glaube mit Eindhofen. Für dich aber gleich auch, ne? Sehr sympathisch auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall auch noch Yannick rauswählen. Weil ich glaube, du bist der Kandidat, der einfach den Marlon kennt. Ich habe es einfach so im Gefühl, dass er... Okay, also die wählen auf jeden Fall beide, während die Werbung hier läuft. Die beiden wählen auf jeden Fall diesen breiten IV raus, okay? Und diesen Barry. Also auch von denen, wo ich gesagt habe, dass es der auf jeden Fall nicht ist. Aber ich hätte den trotzdem gerne nochmal vielleicht so im 1 gegen 1 gesehen. Wenn du 28 bist, dann siehst du ein bisschen verbrauchter aus, so wie ich. Und du siehst noch viel zu jung aus für 28. Deshalb glaube ich dir das erstmal nicht. Aber ihr beiden hat trotzdem Spaß gemacht mit euch, ja? Sehr, sehr cool. Für mich aber die beiden raus. Jetzt fehlt nur noch Benni. Ich habe so ein bisschen tendiert. Klar, Barry. Wie gesagt, super Typ. Lustig. Aber hat nicht diesen Stürmerlaufstil, wie ich mir einen Stürmer vorstelle. Technisch Probleme. Klar, ab und zu hat er mal ein überragendes Ding gemacht. Dabei geht irgendwann eine Bande. Auf einmal lupft er den da rüber. Das ist dann so manchmal dieses zwischen Genie und Wahnsinn. Aber ich glaube auf keinen Fall, dass er Profi war, auch nicht bei Eindhoven. Aber ich muss mich ja jetzt entscheiden. Und ich würde jetzt auch eher sagen, auf jeden Fall Barry. Und ja, Yannick. Sind wir uns ja komplett einig, ne? Dass er sich alle so einig sind, ne? Keiner hat den mit der Maske rausgewählt. Weil der wirkt mir einfach viel zu jung, viel zu spritzig, der mit der Maske. Der ist doch niemals 34. Wisst ihr, wie ich meine? Überleg mal. 34 ist schon alter. Dass der noch so abgeht. Naja. Ja, ich hätte, glaube ich, Yannick eine Runde weiter wählen lassen. Einfach mal, weil ich glaube, danach kommt ja dieses 2 gegen 2, oder? Wenn ich mich nicht vertue. Und dann hätte man ja genau gesehen, wie er beim Zweikampf sich da hinstellt, was er macht und so. Sie haben dasselbe gesagt. Ich wollte noch was sagen zu Barry. Auf jeden Fall, wir sehen nicht im Theater. Ich will Fußball spielen, ich will Professionalität zeigen. Und der kann ja viel reden, der kann ein Baba-Typ sein. Aber wir sind hier, um Fußball zu spielen. Und man sollte hier das Ziel haben, zu zeigen, was man kann. Und nicht eine große Fresse haben. Nicht persönlich gemeint. Oh. Direkt Ansage. Der hat auch einfach Ansage raus. Aus dem Nix. Kommt einfach Ansage. Wir sind hier, um Fußball zu spielen und nicht irgendwie ein Theater beim Casting oder so. Was, ey? Deswegen, ich wollte schon mal sagen, das stört mich ein bisschen. Aber nicht persönlich, ne? Weißt du auch, wo sein Auto steht? Boah, das ist eine Ansage. Ja, weiß ich nicht. Musste jetzt nicht so sein. Ich fand es mal lustig mit dem Barry. So ein, zwei Runden, lass den drin. Aber jetzt kann der auch raus so. Aber der hat nochmal einen draufgesetzt. Der armer Barry. Von einem 20-Jährigen? Boah, das ist eine Ansage. Ich habe gesagt, zwölf Jahre Unterschied. Bruder, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Wie gesagt, ich habe mich vor zehn Jahren schon bewiesen. Ja. Und das bei PSW Eindhoven. Und nicht heute. Äh, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe im Fußball jahrelang gespielt. Ich bin keine 21, dass ich gestern aufgehört habe, aber auch ein Jahr davor angefangen habe. Deswegen pass auf, auf wem du schießt mein Lieber. Denn ich bin hier der wahre Profi. Ja, schlechter Kontakt. Warum? Ey, er war doch so klasse. Schlechter Kontakt. Ich habe ein bisschen mehr erwartet jetzt. War nicht so. Aber war cool. Danke an Barry und Janik fürs mitmachen. Barry ist ein bisschen abgefuckt jetzt. Guck mal auf deinen Blick. Ähm, ja. Ich bin relativ zufrieden mit meiner Leistung. Mir ist zweimal der Ball versprungen. Ich glaube auch nicht, dass der 28 ist. Ja, wenn man das jetzt so vom Namen sieht, hätte ich den auch jetzt so auf 24 geschätzt. Kann passieren. Und ja, ich akzeptiere die Entscheidung. Was soll ich machen? Okay, jetzt bin ich gespannt, Alter. Zu meiner Leistung. Was ich dazu sagen kann, ist, ich habe die Bälle gut verwandelt. Ich habe halt nicht so viel Tempo gegeben. Ich habe gedribbelt. Ich habe geschossen. Alles war ganz okay. Wenn es am Ende nicht passt, bei der Ex-Profi Edition, wenn es darum geht, wer sich schneller bewegt, dann sind wir hier komplett falsch. Es geht nicht darum, wer sich schneller bewegt, sondern wer hier besser Fußball spielen kann oder die Bälle besser an den Mann bringen kann. Ja, es redet zu viel, Bruder. Es reicht jetzt auch langsam. Langsam reicht jetzt aber auch. So, Freunde. Wir haben jetzt noch vier Teilnehmer dabei. Nächste Challenge. Wir gehen direkt in die Duelle. Zwei gegen zwei. Genau deswegen hätte ich trotzdem, glaube ich, diesen Yannick noch mal gern gesehen und diesen mit der Maske, glaube ich, hätte ich rausgewählt. Ja, ist schwierig. Aber deswegen. Ich bin bisher ja gut dabei mit meinen Tipps. Meine Liste steht noch. Kann man gemeinsam mit Achmed sehen gegen Tchak und ... Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wer welche Positionen hat, Alter. Das ist immer so ein Abfuck. Ich weiß jetzt nicht, wer ... Also der eine war LV, der von Wolfsburg, das weiß ich. Kemal, da werden wir gleich ... Kemal ist offensiv. Ein paar mehr Aktionen sehen. Auf jeden Fall. Und das mit den zwei gegen zwei Duellen. Jetzt schauen wir mal. Also ich glaube, er war ja auch offensiv, er war defensiv, er war offensiv und er weiß ich nicht. Der Valerwesen muss hinterläufen, dann sieht man, dass er auf jeden Fall ein bisschen Fußballverschämtheit hat. Dann gucken wir jetzt mal der LV von Wolfsburg. Ah, okay. Oh, Leute, dass er hinterläuft. Ja, da sieht man jetzt aber eigentlich nicht viel. Also die machen keinen groben Fehler verteidigen. Sechser? Die machen sich besonders gut im Angriff. Das ist auch eklig zu ihm zu ihm. Aber wenigstens mal hinterlaufen oder so, weißt du? Er hat gerade gefordert. Er meinte, komm hinterlaufen. Er will den beiden Fuß haben und dann das hinterlaufen. Jetzt wäre es schlau gewesen. Gut abgeschirmt. Gut. Macht er gut? Das war echt quirlig, ey. Boah, er hat er eigentlich gut gesehen. Hätte er laufen müssen. Hätte er laufen müssen, sag ich jetzt ehrlich. Das tut sich schwer. Aber ist auch eklig. Oh, mit rechts. Das ist echt klasse. Alter. Mit einem schwachen? Ah, hol der links, wo es ist. Super Ball. Boah, was ein Ball. Ich glaube, der LV von Wolfsburg. Eine Aktion noch und dann tauscht die, ja? Das ist schwierig. Der letzte Aktion. Sehr guter Ball. Der Pass war krass. Der hat so Spielverständnisse und so. Das ist krass. Das ist ein Ding. Ento, danke für deinen Sub. Auch guter Ball. Komischer Touch. Der gute Kameramann kommt nicht mal hinterher. Gut gepackt. Er zeigt es an. Er zeigt es an. Er zeigt es an. Er kann aber aufdrehen, wenn er will. Okay, einmal Position tauschen. Offensive, Defensive. Ich finde den Wolfsburger bisher echt gut. Ich habe jetzt ein bisschen nur auf die Defensive geguckt. Die haben eigentlich beide das gut gemacht. Die haben, wenn die Außen waren, haben die immer zur Außenlinie sich gestellt. Also war jetzt eigentlich keine grobe Feder erstmal zu sehen. Schal. Mach doch runter. Und den dire ich schon kurz. Das Problem ist… Ah, das war's gerade noch gut. Gut gedoppelt. Gut gedoppelt. Das war stark. Genau richtig. Genau wo er ihn nicht gesehen hat. Aus dem Schatten. Ich finde der Wolfsburger ist bisher echt stark. Der ist konstant. Alles gut. Mach weiter. Ah, jetzt nehme ich mal Achtung. Ach so, ich stehe. Der ist so ein bisschen mehr Freestyle, habe ich das Gefühl. Merkt ihr? Oh. Ist doch stark. Aber Bruder, wenn der 34 ist, Alter, weiß ich nicht, Alter. Der ist ja noch voll flink und so. Ihn finde ich jetzt aber auch nicht so gut. Okay. Der Maskman ist top, ja. Aber 34, weiß ich nicht. So Freunde, jetzt haben wir die 2 gegen 2 Duelle gesehen. Ähm… Malo und… Ne, Benni ist angefangen. Malo… Jetzt hinten die mal dran. Wer hat dir gut gefallen? Und einen müssen wir rauswählen. Einen rauswählen. Okay, komm. Ich mach wieder zuerst an die anderen, okay? Also, Maske und der Fingerhochtürke. Die beiden sind jetzt so auf meiner Blacklist bisher, sag ich mal. Und Kemal und der Wolfsburg-LV auf jeden Fall Favoriten, würde ich sagen. Das Problem ist bei Kemal… Der könnte auch noch aktiv spielen. Ich weiß nicht, Profimäß. Ja, vielleicht war der mal früher so. Aber… Kompletter Profi? Ich… Das ist immer das Schwierige. Wie soll der Kompletter Profi sein und jetzt keiner mehr? Was soll der Grund gewesen sein, dass er keiner mehr ist? Verletzungen gehabt und jetzt wieder da? Es ist echt schwierig, ne? Ist das ernst mit Notizen? Ja, so ein bisschen… Der mit der Maskebrüder, der ist doch nicht 34. Der hat so ein bisschen Faxen gemacht mit No-Look-Pass und so alles. Gute Technik hat er, klar. Hat er gut einsitzen lassen. Aber ich glaube, ich würde eher ihn rauswählen, den Fingerhochtürken. Diese Runde, glaube ich, sogar eher ihn, weil er hat mir gar nicht gefallen irgendwie, sag ich ehrlich. Keine Ahnung, da war ja gar nichts zu sehen von dem. Muss ich sagen. Also einer von den beiden, ich sag der Fingerhochtürke. Den Namen von dem vergessen. Geh mal und den Wolfsburger lasse ich drin. Mal gucken jetzt. Team Orange waren ja davor meine beiden Favoriten, so Kemal und Csaha. Die haben jetzt nicht so gut gemacht. Obwohl wir waren stabil, aber nicht so gut, wie ich gedacht habe. Da ist mir Csaha ein bisschen positiver aufgefallen. Und aus dem anderen Team ist der Mann mit der Maske mir positiv aufgefallen. Sehr positiv sogar. Mit einem Level sogar besser als Csaha. Und dann kommt Kemal. Und als Letzten würde ich Ahmed nehmen, der am wenigsten aufgefallen ist in den 2v2-Duellen. Boah! Ernesto Werner! Auf jeden Fall wähle ich Ahmed. Wie ich gesagt habe. Also für mich auch Maskenmann. Die Eins hat bei den Duellen gezeigt, dass er da extrem aufgeholt hat. Offensiv wie defensiv. Linker Fuß, rechter Fuß hat wieder den Diagon mit Recht ausspielt stark. Csaha war für mich der zweite Check. Du hast es auch sehr clever gelöst. Mit der Puste, die du noch hast, ist offensichtlich nicht, dass du nicht mehr der fitteste bist. Auch nicht schlimm. Aber dafür bist du sehr, sehr clever in deinen Achsen. Machst du ein bisschen Eindruck von Samet Yejil, Alter. Samet Yejil war ja auch Profi gewesen. Und ja. Aber den kennt halt jeder. Den kannst du nicht mitmachen lassen. Der lasst ruhig an Submode. Das zeichnet gleich auch ein Ex-Profi aus. Das war es mir richtig gut gefallen. Und Ahmed war ein grundum solides Paket. Aber jetzt wird die Konkurrenz einfach leider zu stark, muss man sagen. Deshalb würde ich... Ich wurde nicht gespoilert. Es hat nur einer vorhin ohne Submode reingeschrieben. Ja, Barry ist es nicht. Ist ein anderer. Weißt du so. Deswegen... Das war unnötig. Aber ich hätte sowieso gesagt, dass Barry es sich ist. Von daher... Ich bin zum Glück noch nicht ganz gespoilert worden. Und weiß noch gar nichts mehr jetzt ab der Stelle. Also lieber nicht Submode wegmachen. Rauswählen. Aber du hast es trotzdem grundsolide gemacht. Ich würde jetzt auch natürlich, wie ihr es gesagt habt, Ahmed rauswählen. Aufgrund... Der zwei Offensiven, die sehr stark sind. Und defensiv ist halt... Cha einen Tick besser wie... Achmed. Also ich gehe da eigentlich... Also ich gehe mit der Meinung von... Den Jungs hier auch eigentlich voll mit. Ja, wir sind uns alle einig. Bei Cha... Also das Top Offensiv hast du... Als Einziger, glaube ich, auch mal angezeigt, dass er hinterlaufen soll. Das zeigt, dass du einfach auch Spielverständnis hast. Dass du weißt, wie man auch normalerweise zwei gegen zwei ausspielt. Oder es möglichst am schwersten macht. Dann auch dieses Doppeln da. Und ihr habt eigentlich alle in der Defensive, glaube ich... So wie ich gesehen habe, keinen groben Fehler gemacht. Und er machte immer eine Außenlinie, schön nach außen gelenkt. Ähm... Und ja, Maske... Also der Mann mit der Maske war... Also Top. Aber... Ich glaube dir nicht, dass du 34 bist. Ja, das ist der Punkt. Also du bist da... Du bist da... Du bist da zu spritzig, zu gut zu... Ja... Ich bin 1990 geboren. Also... Der Grund, warum ich so fit bin, ist... Weil ich... Ich beginne... Ich beginne... Ich beginne... Ich beginne... Ich beginne... Ich beginne... Weil... Ich wollte immer trainieren. Das ist das, was ich mache. Otherwise... Ich habe keine Freude in meinem Leben. Ich brauche das. Ja... Bleib sogar dabei, dass ich ihm nicht glaube, dass er 34 ist. Aber er war halt Top und deswegen kann man nichts sagen. Perfekt. Dann sind wir uns an dieser Stelle einig. Stark! Und ähm... Ernesto hat recht gehabt. Danke dir, Achmed. Ja... Finger hoch, Türke ist raus. Richtig, richtig gut. Boah, jetzt nur noch die drei hier. Kemal, Wolfsburg, LV und Maske. Also ich fand meine Leistung eigentlich relativ gut. Ne, Leistung war nicht gut. Die ersten drei Durchgänge waren durchwachsen, aber... Ja, muss man halt akzeptieren, was die Jury... Niemals ist der Profi, Digga. Das ist merkbar. Also ein Profi gewesen. So Freunde, jetzt kommen wir zum Halbfinale. Wir haben noch drei Kandidaten dabei. Jetzt bin ich gespannt. Ich freue mich extrem auf das Halbfinale. Jetzt ist die Challenge, die viele von euch schon kennen. Alle drei Jungs sind in Aktion. Diago Ball wird gespielt. Angreifer ist da. Einen Kontakt klatschen lassen aus der Luft. Geil. Ablage, Abschluss. Geil, okay. So haben wir alle drei in Aktion für den ersten Kontakt. Abschluss. Aber jetzt ist das nicht so, dass die da ihren ganzen Werdegang erzählen, oder? Kommt das immer, jede Folge, oder wie ist das? Weil das nimmt irgendwie so voll den Flow raus, wenn die da erstmal alle zehn Minuten reden und so. Deswegen, ich finde es cooler, wenn da so mehr Challenges sind. Und auch die Flugbälle nochmal. Deshalb viel Spaß mit dem Halbfinale. Ich bin gespannt, wer es ist, Alter, bisher. Ich glaube, bisher irgendwie eher ist das der Wolfsburger. Oh, ja. Oh, ja. Boah. Aber es ist so mehr Freestyle, Digga, oder? Maschine, ne? Einen noch? One, one time? Er macht mir zu viel Faxen irgendwie. Was macht der für Bewegungen? Tschö, ich habe genug gesehen. Das ist voll Freestyle-mäßig. Danke. Thank you. Das ist halt stark, natürlich. Das ist stark. Da braucht man gar nichts zu sagen. Aber es ist zu viel, diese Freestyle, Alter. Oder? Das hast du jetzt echt nicht gesehen. Der ist nicht 34, Mann. Ah. Jetzt aber. Der ist 19 gefühlt, so wie er durch die Gegend ist. Das ist ein Flummi. Ja, gut. Guter Touch. Ablegen, klatschen. Gut abgelegt. Boah, starker Schuss. Kämmer. 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 Super Ball. Geiler Ball. Super. Schön. Super Qualität. Boah, das wird jetzt echt schwer sein. Ich bin gespannt. Der ist gut. So stark, ich schwöre. Der ist richtig gut. Richtig stark, Mann. Boah, stark zurückgelegt auch. Boah. Danke. So eine Maschine, ne? Weißt du, was ich vielleicht denke? Dass dieser mit Maske so irgendwas futzert oder so macht? Ja. Ich schwöre. Genau, das habe ich schon mal gesagt. Skillermäßig. Und jedes Mal perfekt diese, weißt du? So, Freunde. Wir haben das Hype. Halbfinale gesehen. Ja. Müssen entscheiden. Für mich, klar. Für mich Finale. Maskentyp raus. Kämmer. Und Wolfsburg Finale. Ganz einfach. Bevor wir die Entscheidung treffen, hören wir uns erstmal die... Ja, der mit der Maske, der spielt die Bälle auch gut. Aber ich finde persönlich, der macht mir ein bisschen zu viel Faxen. Diese Skills und so. Dann mit Schulter. Und der ist noch niemals 34, so wie der sich da bewegt. Wenn ja wirklich Respekt, Alter. Ist schon krass. Aber ich fand halt Kämmer und den Wolfsburger einfach sehr stark. Der Wolfsburger hat so einen krassen Schuss und immer so einen guten Touch, muss man sagen. Und Kämmer ist halt spritzig und so alles. Ja. Werdegänge an. Die Fußball-Stories. Ich freue mich drauf. Fangen wir mit Masken an? Ja. I used to... Ach, jetzt kommt Werdegang, wo die gespielt haben. Okay, jetzt hören wir nochmal zu. Okay. Wir hören mal zu. Jetzt zuhören. Jetzt ist es wichtig. Zählt aber auch, wenn er Futsal-Profi gewesen ist? Das wäre dann ja was anderes. Ich weiß ja nicht, ob das zählt. Vorher war er so Futsal-Profi. Aber das ist dann unfair. Ich bin für Antalya Sport 2016. Und dann war ich 24 Jahre alt. Und bevor das, ich in Klemarnik in meiner Jugend gespielt habe. Derrick McGuinness. Und der Mann ist eigentlich der Mann, der mich von Klemarnik in Aberdeen gebracht hat. Und von Aberdeen, ich ging in Türkei. Ich machte den Weg. Ich hatte eine große Operation. Und dann habe ich angefangen zu spielen. Und dann habe ich angefangen zu spielen. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich angefangen. Und dann habe ich angefangen. So, wo war dein erstes Klub? Oder wo war? Klemarnik. Was? Klemarnik. Scotland. Ah, okay. Und dann bist du in Aberdeen? Sorry? Und dann bist du in Aberdeen? Und dann bist du in Aberdeen? Und dann bist du in Aberdeen? Ja. Ich bin aus der Jugendteam. Und dann bin ich in Aberdeen. Und dann bin ich auf ein Lohn. Und dann bin ich da ein paar Klubs wie Ivy, Dundee, United und so weiter. Und dann bin ich in Antalya Sport. Wie lange spielst du da? Sorry? Wie lange spielst du in Antalya Sport? Ich spielte ein Jahr. Und dann habe ich gestoppt. Welchen Injury hast du gemacht? Ich hatte eine hohe Operation. Ein Jahr unbedingt. Ich habe bewusst eine ganze Karriere gelesen. Wie lange spielst du in Antalya Sport? Eigentlich habe ich gar nicht Geld bekommen. Was? Weil ich ein bisschen von Agenzien und so weiter spielte. Ich durfte für mein Geld, aber ich habe es nicht bekommen. Aber mein Kontrakt war... Es ist okay, aber man könnte mehr haben. Du hast einen 1-Jährigen Kontrakt? Oder 2-3 Jahre und du... Nein, es war ein Jahr. Es war ein Jahr, ja. Wann hast du geschlossen? Nein. Nach meiner hohe Operation, wenn ich stoppt, habe ich eine andere Straße genommen. Aber dann habe ich wieder angefangen. Also habe ich für Aris gespielt. Und das war die letzte Mal. Und dann hat Corona passiert. Und dann habe ich sofort gespielt. Weil es so viel passiert. Ich bin auf... Ich bin auf... Ich bin auf... Also ist mir auch zu viel... Durcheinander irgendwie alles so. Also... Er ist bisher auf jeden Fall auf der roten Liste bei mir, der rausgeht als nächstes. Mal gucken, was die anderen jetzt aber erst mal sagen. Die Voicebook-Story. Ja. Aber den können wir jetzt wenigstens austragen ein bisschen. Ja. Ja. Mini ist bei TB angefangen. Von TB. Da habe ich einen Jugendfördervertrag unterschrieben. Drei Jahre. War dann in der Berliner Auswahl. Duisburg auch zweimal. Und weil Voicebook da einen Vertrag. Also einen Kooperationsvertrag mit TB hatte. Hatte ich halt die Chance. Oder war immer auf dem Zettel. Aber ich hatte halt einen Vertrag. Ich weiß nicht warum. Da gab es dann halt Probleme. Anscheinend war ich dann nicht so gut genug, dass sich da direkt da irgendwelche Ablösen bezahlt werden. Nichtsdestotrotz habe ich da A-Jugend durchgezogen. Kappi. Ich weiß nicht, ob wir im Pokalfinale zusammengespielt haben. Wo wir 2-0 verloren haben. Ich weiß, dass Mittelstadt mitgespielt hat. Ich war ein Krauter. Ja, auf jeden Fall nach der A-Jugend dann zu Wolfsburg. U23. Erstes Jahr. Erster geworden. Relegation gegen Jan Regensburg verloren. Ein gutes Jahr gehabt. Trainer war Valerian Ismail. Erzählt das so, als ob er das nicht so auswendig gelernt hat, sondern so wirklich so von sich gerade erzählt. Finde ich jetzt so vom Eindruck. Aber da wurde ich ja letztes Mal auch schon hops genommen von dem einen da. Der hat ja auch so richtig gut geschauspielert und alles erzählt. Deswegen, das hat nichts zu sagen. Aber ich schaue mir das erstmal an. Er ist dann im folgenden Jahr im Oktober Trainer geworden. Ich habe dann die Chance gehabt, auf der Bank zu sitzen. Gute Saison gehabt quasi. Profi-Vertrag angeboten bekommen und dann im Sommer quasi verletzt. Muskelfaserriss beim Eckspiel. Ich dachte, jemand hat mir einen Tennisball an den Bein geworfen. Und ja, danach hat sich das gezogen. Ich habe zugenommen. Kam nicht mehr wieder rein. Wurde aussortiert. Musste dann quasi in die Türkei. Was heißt musste, aber wollte wieder angreifen. Und zwar so die einzige Möglichkeit durch Kontakte. Und ja, aber auch da nicht geschafft. Ich kam halt, wurde nicht fit. Wo in der Türkei warst du? Echt geschehe Sport. Welche Liga? Die waren in der zweiten türkischen Liga. Ja. Und ja, aber ich habe ja schon lange aufgehört. Also locker 2016, 2017. Seit 18, 19 ungefähr. Also waren, klar, jetzt nicht lange. Aber zumindest hatte ich einen Vertrag. Und habe mich hier umorientiert. Zweites Standbein natürlich. Familie gegründet. Und ja, kicke jetzt hier noch ein bisschen in der Brandenburg Liga. Und wie lange hast du unterschrieben? Für ein Jahr. Ein Jahr pro Vertrag? Nee. Nee. Du kriegst doch nicht als Jugendspieler einen ein Jahr pro Vertrag. Wie alt warst du da? Ich war schon 21 war ich da. Okay. Du kriegst doch nicht einen Einjahresvertrag. Wer kriegt drei oder fünf? Da kenne ich mich halt nicht aus. Da kann ich nichts zu sagen. Ich war ja kein Profi. Aber es ist halt schon merkwürdig, wenn du so ein Jugendspieler bist. Dann will dich der Verein ja lange halten. Weil die ja nicht wissen, wie dein volles Potenzial ist. Gerade Jugendspieler. Ja. Gibst du halt eher so zwei, drei. Eher. Anstatt ein Jahr. Muss jetzt auch keine fünf Jahre geben. Aber schon so zwei, drei. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich glaub dir die Story. Ich glaub dir auch, dass du dein Voicebook warst. Aber ich glaub nicht, dass du dann am Ende einen Profi-Vertrag unterschrieben hast. Hättest du einfach drei Jahre gesagt. Danke dir, ja. Hör mir jetzt nochmal Kämmerl an. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Also ich bin hier relativ der Jüngste, wie man's auch merkt. Jetzt müssen wir mal genau zuhören. Weil das war jetzt grad schon so ein bisschen, hat er sich ins eigene Bein geschossen damit. Mit diesem einen Jahr. Ich hab damals bei VfB Unter-Jederbach bei meinem Dorfverein angefangen. Ich bin ja gebürtiger Frankfurter. Ich komme aus Frankfurt. Hab dort ein paar Jahre gespielt. Bin dann zu Darmstadt 98 gewechselt. In die U14. Damals dann zweieinhalb Jahre gespielt. Bis zur U16. Bin dann zu Elbisor Frankfurt gewechselt. Und dort hab ich eineinhalb Jahre gespielt. Hatte auch diese U17-Bundesligasaison. Bis dann, das war da wo Corona war auf jeden Fall. Und dann hab ich das Angebot bekommen. Trotzdem, weil ich ein Tor und drei Vorlagen gemacht habe. Damals in der U17. Bin dann in die Türkei gewechselt. Hab diese Chance gesehen. Wollte die nutzen auf jeden Fall. Weil ich ein hungriger, junger Spieler bin. Und bin dann in die Türkei gewechselt. Hab zwei plus eins Vertrag bekommen. Weil ich ja noch zwei Jahre und 19 hatte. Und plus eins. Also ein Profi-Vertrag. Es lief auch eigentlich am Anfang alles relativ gut. Hab dort auch erstmal fünf Sternhotels gelebt. Zwei, drei Monate. Hab alles wirklich. Weih, weih, weih. Hab wirklich mit 17, 18 wirklich wie ein Profi gelebt. Dachte mir so, krass, das ist einfach mein Traum gewesen. Und dann, wo das wirklich am schönsten lief. War das wirklich so ein Schicksalsschlag. Erste Krankheit hatte ich dann Corona gehabt. Mich hat es richtig heftig getroffen. Ich glaube, einen Monat war ich wirklich Quarantäne im Hotel. Und danach hab ich ein bisschen gebraucht, wieder reinzukommen. Hab mich dann auch verletzt leider. Und ja, doch relativ in der zweiten und 19 Saison lief es wieder gut. Hab mich wieder gepusht. Hab viel extra trainiert. Und dann hab ich auch gegen Galatasaray gewonnen gehabt. 3-2. Errol Bullut, damals der Trainer bei Gaziantep. Hat mich dann auch entdeckt. Also, was heißt entdeckt? Also, hat dann gesagt, okay, der Junge, der ist gut. Die können wir hochholen. Hab dann mit den Profis trainiert. Und genau da, wo das wirklich für mich angefangen hat zu laufen, wo ich wirklich nah dran war, mich wirklich durchzusetzen, wurde er entlassen, weil er im Abstiegskampf war bei Gaziantep in der ersten Mannschaft. Und dann war der Co-Trainer Errol Güneş da. Der hat nicht mehr auf die Jugend angesetzt natürlich. Erstens, die waren ja im Abstieg. Der eine wollte ihn hochholen, dann ist er gekündigt worden. Und der andere hat ihn dann nicht mehr mit hochgenommen oder was? Ekelhaft. Abstiegskampf. Zweitens, Errol Bullut wurde ja gerade rausgeschmissen. Und dann war das so, dass wirklich zwei Wochen danach Erdbeben kam, am 6.02.2023. Und dann war wirklich komplett alles chaotisch dort in Antep. Ich hab's wirklich selber erlebt. Bei meiner Wohnung dann. Also, ich hab am Anfang im Hotel gelebt. Dann bin ich zum Internat gewechselt. Und dann vom Internat hab ich eine eigene Wohnung gemietet. Weil ich wollte auch ein bisschen Kopf frei haben. Weil nur Fußball, nur Fußball. Ich bin 17, 18 Jahre damals gewesen, war auch ein bisschen zu viel. Und dann, auf jeden Fall lief dann alles nicht mehr gut. Ich war vereinslos. Die haben nicht mehr auf mich aufgebaut. Komplett auf die Jugend. Und dann bin ich nach, dann wollte ich selber den Vertrag auflösen. Weil damals, wo ich von der U17 Bundesliga in die Türkei gewechselt bin, hatte ich nur mein Fachabitur angefangen, bis zur 11. Klasse. Hab das aber unterbrochen. Also hatte nur einen Realschulabschluss. Weil ich hab die Chance gesehen, wollte die ergreifen. Ja, und dann... Ja, ist es, Chad. Mein Vater hat dann relativ zügig gesagt, komm zurück nach Deutschland. Mach dein ein Jahr Schule zu Ende. Weil ich hab... Man kann ja einfrieren lassen. Zwei, drei Jahre, um zu gucken, wie das dann wird. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. War am Anfang natürlich relativ depressiv, traurig. Ich war kurz nah dran, wirklich meinen Traum zu erfüllen. Und dann wirklich Schicksalsschlag. War komplett am Boden. Wollte wirklich aufhören mit Fußball. Zum Glück hatte ich damals einen Trainer gehabt. Abdullah Taraband. Der war damals U19 Trainer bei der U19. Und hab dann Training dort mitgemacht bei der U19. Und ja, dann wollte ich wieder angreifen für die nächste Saison. Also das erste Herrenjahr. Und dann hab ich mich leider Gottes verletzt. Hab mir einen Bänderriss zugezogen. Und dann war ich jetzt komplett... Ja, jetzt will ich wieder neu angreifen. Hab jetzt wirklich wieder neu aufgebaut. Mit Einzeltraining und ich hoffe, es geht wieder bergauf. Ich glaube, mein erster Eindruck ist auch, das stimmt alles. Nur, ich glaube nicht, dass er Profivertrag da hatte. Sondern ich glaube ihm, dass er U17, U19 oder so da gespielt hat. Aber ich glaube nicht, dass er am Ende dann da Profi war. Sondern das hat davor irgendwie nicht geklappt. Meine Frage ist, diese Zeit, wo du bei den Profis warst, also weißt du noch, welches Jahr das war? Das war jetzt letzte Saison. Okay, dann passt nicht. Weil ich hab mal, als ich auch bei den Profis war, haben wir gegen Gaziantep gespielt. Das heißt, da hätt ich eventuell... Also ich hab keinen Einsatz bekommen. Ich war auch nicht im Kader. Ich hab da nur mittrainiert, hatte diesen Profivertrag. In der Türkei ist es auch so, dass du 2 plus 1 U19 spielen kannst. Also du kannst theoretisch drei Jahre U19 spielen. Deswegen hätt ich dann noch U19 weitergespielt. Ja gut, das meine ich jetzt. Guck mal, jetzt erzählt jeder seine Story. Der eine länger, der andere kürzer. Ich finde jetzt irgendwie immer dieser Part, wenn kommt, wo die von Vereinen und so Story erzählen, dann ist man irgendwie voll raus. Wisst ihr, wie ich mein? Davor war die ganze Zeit so Action. Die spielen, die spielen und tak, tak, tak. Und jetzt kommt der Part, wo die halt sehr viel reden. Da fliegt man halt so ein bisschen auch raus vom Video. Aber ich sag so, vom Reden her, glaube ich, dass er es ist. Erster Gewinner, Kemal. Und bei dem Wolfsburger stimmte auch alles. Nur mit diesem Einjahresvertrag, glaube ich, da hat er sich ein bisschen so ins eigene Bein geschossen. Ich weiß halt nicht, ob das üblich ist, Einjahresverträge. Aber die Jungs, Sydney und so, die kennen sich ja damit aus. Die sagen halt eher, das ist sehr unwahrscheinlich. Und der andere ist halt mehr so Freestyler-Futsal. Also so sag ich jetzt meinen persönlichen Eindruck. Aber ich bin ja abgezogen. In der U19, die Liga in Türkei, da ist was Besonderes. Da spielt eine Mannschaft, die ist nicht aus Türkei. Eine Mannschaft ist nicht aus der Türkei? Mhm. Nein, das stimmt nicht. Schade. Ich dachte, der sagt einfach Griechenland oder so. Lass uns trotzdem eine Entscheidung treffen. Danke dir, Kemal. Ja, das ist schwer, ich schwöre. Das ist echt schwer. Ihr habt ja alle angefangen. Also einen rauswählen. Boah, jetzt einen rauswählen, Chat. Ich weiß nicht mal, ob ich den mit der Maske drin lassen würde. Ich würde sagen, Kemal und der mit der Maske im Finale. Ich glaube, ich würde jetzt sogar den Wolfsburger rauswählen, der eigentlich so mit mein Top-Favorit war. Aber der war schon sehr stark. Es ist echt schwierig, Alter. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer, Chat. Also mein Bauchgefühl sagt es, dass Kemal der Profi oder Ex-Profi ist. Der hat schon glaubwürdig alles erzählt, aber das hat ja nichts damit. Ich fand den auch fußballerisch sehr, sehr krass. Der Wolfsburger war halt auch krass, hat viel Verständnis gehabt. Der mit der Maske war mehr so ein Freestyler. Weil ich sage, die beiden kommen. Ich würde den mit der Maske rauswählen jetzt. Ich sage ehrlich, ich würde den mit der Maske rauswählen. Jetzt, wo es schwer wird, fange ich an. Ich versuche trotzdem immer, die Storys einigermaßen auszublenden, weil ich immer auch Fußball bewerten möchte. Aber ich muss trotzdem das Gesamtpaket machen. Ja, deswegen. Storys bringen einen manchmal so ein bisschen rausfindig. Kemal, einer meiner Lieblingsfavoriten mit Chuck von Wolfsburg. Beide Storys haben beide so einen Knackpunkt. Wenn ich jetzt fußballerisch, der mehrfach diesen Ex-Profi-Vibe vermittelt, ist einfach Wolfsburg. Und deshalb würde ich mich gegen Kemal entscheiden, auch wenn du mir fußballerisch nach wie vor wunderbar gefällst. Aber ich hätte das Finale gerne Chuck gegen den Maskenmann. Boah, also das war gerade sehr schwer für mich. Der Maskenmann hat sich weit nach vorne katapultiert. Aber auch, weil es halt Englisch ist. Da checken wir nicht so viel, da hinterfragen wir auch nicht so viel. Ja, das ist das. Den lassen wir einfach durchgehen. Der sieht mir nicht nach 34 aus. Da fragen die nicht so viel nach, weil der halt auch aus einem anderen Land kommt. Und mit denen die nicht so viel kommunizieren können. Weiß ich nicht. Problem. Ich würde, glaube ich, auf Chuck gehen. Chuck aus? Ich würde da fast sogar mitgehen, weil bei Chuck haben wir wenigstens so einen Punkt, wo wir sagen, so mäßig, das macht man nicht. Also mit diesem Ein-Jahr-Ding. Also ich glaube, ihm das treu mit Wolfsburg und so. Ja, 100 Prozent. Aber bei Kemmer ist es halt einfach so, da gibt es bei mir zumindest jetzt nicht mal einen Punkt, wo ich so sage, okay, das kann nicht sein. Sondern es ist einfach nur so ein Gefühl, wo ich sage, wo ich sage, er nicht. Ja, ihr habt recht. Ich revidiere meine Entscheidung. Ja, sorry, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Bei genau das, was du gesagt hast, es gibt ja nichts, was an ihm reintritt. Bei Chuck gibt es wenigstens einen Punkt, den man aussieht. Okay, krass, lass den Maskenmann weiter. Das ist jetzt so ein Gefühlsding irgendwo so ein bisschen. Also ich würde jetzt Kemmerl und Maskenmann drin lassen. Ja, aber ich muss sagen, also das habe ich auch ... Aber schwierig, hat jetzt, wie gesagt, Jungs, das ist jetzt Gefühlssache, rausfiltern. Mal gucken, ob wir richtig liegen. Hat jetzt nichts mehr mit eurer Leistung zu tun. Dann haben wir wieder eine relativ einheitliche Entscheidung getroffen. Aber Chuck, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, ja. Er war aber schon echt stark, muss man sagen, ne? Ja, also mit meiner Leistung aufgrund meines Fitnessstands, würde ich sagen, bin ich zufrieden. Und mit der Entscheidung, ja, muss man halt mitleben. Sie sind erfahren, aber ja, Verträge sind, können immer individuell sein. Dementsprechend mal sehen und abwarten. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Jetzt Finale Chat. So, ich meine, bevor wir die finale Entscheidung treffen, sehen wir noch das Finale. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als ein 1 gegen 1 Duell, offensive Aktion für beide und auch beide defensiv. Deshalb viel Spaß noch mal beim Finale. Jetzt 1 gegen 1, Alter. Gerne, Kemal. Bei dem Verein. Magisch mal. Boah. Der ist viel zu flink für sein Alter, Mann. Das ist so ein... Das ist so ein... Sollte... Gut, Kemal. Boah. Stark, stark, stark. Pack da mal zu. Beide super verteidigt, muss man sagen. Richtig stark verteidigt. Richtig stark verteidigt. Eine Aktion noch. Dabei. Der muss aus dem starken Licht, aber dann ist der auch... Ich glaube nicht, dass der 34 ist. Lass aufgehen. Es ist nicht. Es ist Kemal Chat. Okay. Kemal. Oder irgendwie überraschend der Wolfsburger. Aber da sagen die Jungs Kicher nicht. Durch die Beine. Durch die Beine wär's gewesen. Kurze Ecke. Super Ball. Das ist ein Fan von Kemal. Kemal. Maybe Delay Sports. Gut zugepackt. Boah. Stark Körper. Sehr stark. Richtig stark. Das ist geil. Hack mit der Picke noch. Super Ball. Heppa. Heppa. Das macht er immer. Boah. Er macht das geil. Der ist einfach gut, Mann. Er ist eine Maschine, okay? Wirklich eine Maschine, Alter. Aus dem kann man echt noch was werden. Soll ich ehrlich. Jetzt haben wir das Dynamo gesehen. Wir müssen die Maschine machen. Wir müssen eine Finale treffen. Wenn du willst anfangen. Ja. Ganz klar. Für mich ist Kemal. Für mich ist Kemal. Beide super Fußballer. Jetzt ist einfach so ein bisschen Gefühl. Die Story. Ich sag Maskenmann. Bei mir ist, ich sag dir ehrlich, es ist so schwer. Ich weiß nicht mal wen ich nehmen soll. Rein vom Fußballerischen, wie gesagt, müsste man Kemal nehmen. Aber er hat alles aus der Pistole gemacht. Auf Englisch. Ich muss ihn nehmen. Also wegen der Story und alles muss ich mit Maske gehen. Ja. Bei mir gilt das Gleiche. Eigentlich wollte ich sogar mich für Kemal entscheiden. Allein, weil ich ein Fan von ihm bin. Kann sein, der beste Spieler, der je mitgemacht hat und alles zum und dran. Ja. Aber er ist ja Maskenmann. Klar. Kann auch sein. Aber ich finde, er ist einfach. Also wenn er wirklich der Profi ist, so stark beweglich. Also für 34. Aber ja, das passt halt besser. Ich hätte trotzdem Kemal gesagt. Jetzt sage ich ehrlich. Englisch und Antworten waren immer clean. Er ist auch ein richtig krasser Kicker. 34 ist für mich immer noch Suspekt. Aber ich nehme ihn einfach auch. Sitt, du warst ja schon bei einigen Folgen dabei, ne? Hast du jemals ein besseres Finale gesehen? Eins gegen eins. Also wenn man hier sitzt, ist es irgendwie jedes Mal so schwer. Wenn ich drauf reagite, ist es irgendwie viel einfacher. Aber das ist schon, ich sage auch mit Schade, das ist ein Dreiergesponnen, was so todeschwer ist. Das kann alles sein. Ja. Ich sage Kemal trotzdem. Bauchgefühl sagt Maskenmann. Ich schwimme nicht mit der Welle mit. Herz sagt aber Kemal eigentlich. Ich gehe mit Maskenmann mit. 4-0. Ich gehe mit Kemal. Gehst du mit Kemal? Ja. Okay, ich gehe mit Maskenmann einfach vom, weil ich dich fußballerisch überragend fand. Die Maske verstehe ich nicht, aber ich hoffe, ich verstehe es gleich. Weil Kemal, ich glaube, vielleicht bist du noch aktiver Fußballer bis Regionalliga-Niveau. Oder vielleicht höher, aber ich glaube, dass du noch aktiv spielst in einem Verein. Und ich glaube, er hat eher so dieses, du konntest die ganze Zeit weiter. Klar bist du auch jünger. Aber er gibt mir mehr Ex-Profi-Vibes, deshalb gehe ich mit Maskenmann mit. Und dann würde ich sagen, es ist der Moment gekommen. Dann darf man bitte der Ex-Profi heute mal nach vorne treten. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Barry. Am Ende ist es Barry. Ah, diese Torwart spiele ich hier. Nein, 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 nein. Ja, okay, doch. Ist das richtig? Oder macht ihr noch Faxen? Ja. Haben wir richtig? Yes! Was? Alter, das will ich nicht. Was lauerst du? Hä? Was lauerst du? Das hat er überragend. Also das Ding ist, ich kann es nicht checken, weil ich dich mit dir zusammenspiele. Das ist doch seine Kapi. Ey, es war so schwer wegen Sidney, weil er kennt ja so meine Körperhaltung manchmal, wenn ich so was mache, dieses Hap-Hap und so Scheiße. Deswegen ist er so schnell. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 27. Bei den die, die also alle irgendetwas erzählen.. Ich MingLE, ich habe bisher 4 Folgen gewickelt.. Ich habe nach 2 Tagen mit ihm auf die Spiel gehört. Deswegen habe ich mich mir anders dargestellt, damit du nicht das Gefühl bekommst. Bruno, was kannst du das mit Englisch ? Ja, was? Weil ich einen Shotgun geliebt habe. Richtig? Ich hab da gespielt. Ich sag dir, das ist wahr. Also ich war in Antalya Sport, ich war in Aberdeen, ich war nicht in Klamarnock oder sowas. Ich hab ganz normal hier in Frankfurt angefangen. Ich hab fünf Jahre bei Eintracht gespielt. Benni kenn ich auch. Ich war Balljunge, als Benni im Stadion Freistöße reingemacht hat wie kein anderer. Und dann bin ich von dort zu VfL Bochum. Und dann bin ich mit 18 nach Eberdin, hab ein Jahr dort gespielt. Sollte dann zu Besiktas unterschreiben, drei Jahre. Hat dann nicht geklappt. Wie gesagt, ich kann das nicht ausweiten, ganz genau jetzt. Aber bin dann von Karagümrük. Karagümrük wurde ich dann gekauft. Von Karagümrük haben die mich ausgeliehen in die erste Liga Super League zu Antalya Sport. Und dann hab ich meinen Vertrag gekündigt. Dann Herz-OP und dann nicht nur Aris, sondern... Kurz, stopp. Hätte der von Anfang an auch gesagt, dass er 27 ist, dann hätte ich das auch anders eingeordnet. Weil der kam mir niemals vor 34, Bruder. Wer ist das? Ronaldo? Ronaldo war nicht mal so beweglich mit 34. Wisst ihr? Deswegen, das war für mich halt so. Und dann dachte ich, das ist eine Lüge. Und deswegen... Ich hab gedacht, der Profi, der dabei ist, der muss die Wahrheit erzählen. Aber er hat ja jetzt gelogen. Aber er hat ja jetzt gelogen aus dem Grund... Ja, ich glaub... Ja, ich weiß. Weil wenn er das mal erklären würde, dann würde ja Sydney den direkt erkennen. So nach dem Motto. Deswegen musste er das so machen. Aber es ist halt trotzdem das Kacke. Bisschen blöd dann, oder? Wahrscheinlich denke ich mir, dass es deswegen ist. Ich hab dann überall in der ersten Liga gespielt. Du hast es überall... Also die Rolle hast du gespielt wie kein anderer. Ich dachte, der ist Engländer, Digga. Alle kennen dich ja. Alle kennen dich ja. Ich hab gleich wieder Tränen mit ihm. Das Schwierige war, fand ich, im Finale gegen so einen richtig guten, talentierten, jungen Spieler zu spielen. Und diese zwei Masken... Also das war echt... Ich konnte nicht... Das ging gar nicht. Aber gut, das war sehr, sehr fair. Sehr, sehr gutes Spiel. Jem! Weltklasse, ey! Wird gefickt, Digga! Jungs, das war echt... Ich war froh, wenn ich das Ding endlich mal raus habe. Wenigstens... Wenigstens wussten wir es. Hören wir uns kurz die anderen an. Ja, mein Name ist Dennis Krüger. Habe ich nicht gelogen. Zum Fußball bin ich gekommen. Ich war mit meinem besten Freund beim Judo. Haben dann in der E-Jugend angefangen. Waren beim Mariendorfer SV. Wir haben zur Hinserie, bis kurz vor dem Pokalfinale gegen TB, haben wir kein Spiel verloren. Das stand auch in der normalen Zeitung, Berliner Morgenpost. Und dann kam halt der Trainer von Hertha Zehendorf in die C-Jugend. Hat seine ganze Mannschaft mitgenommen. Wir sind dann geschlossen zur Union Südost gegangen. Da waren halt Mannschaften, die sich neu angemeldet haben. Haben teilweise 25-0 gewonnen. Und es hat mir dann nicht mehr so Spaß gemacht. Ja, dann wurde es mir einfach zu viel, als meine Freunde mich gefragt haben. Ey, wann soll ich meinen Geburtstag feiern? Wann kannst du vorbeikommen? Und es ging halt nicht. Wie unterscheidet sich Shopify von einem herkömmlichen Marktplatz? Wenn du in Shopify einen Shop anlegst, sind dir beim Betreiben deines Geschäfts keine Grenzen gesetzt. Ja, reicht doch. Mit 18, 19 habe ich dann wieder den Spaß gefunden. Ihr hattet auch vor nicht allzu langer Zeit mit Diler im Freundschaftsspiel gegen uns. Gegen Viktoria Friedrichshain, gegen die Zweite. Da waren wir die lautstarken Fans an der Seite, die irgendwann mal eingeblendet worden sind. Wir hätten auch eigentlich ein Testspiel gehabt. Und da wollte ich euch mal direkt bei der Gelegenheit fragen, ob ihr euch da einsetzen könnt, dass wir für einen guten Zweck das doch noch nachholen können. Weil damals ist es aufgrund von Verletzungen eurer Seite leider ausgefallen. Probetraining hatte ich tatsächlich. Wir hatten mal einen ehemaligen Spieler bei uns. Christian Stuff hieß der. Ja, der war dann in der zweiten. Und der hat mir tatsächlich dieses Probetraining aus der Kreisliege aus organisiert. Weil viele immer sagen, das ist nicht möglich über Kontakte und hast nicht gesehen. Problem war halt Sonntagspiel, Montagfrüh um drei Baustelle und dann schwere Beine und dann Dienstag nochmal hingekommen. Mannschaft hätte mich gern gehabt, aber Trainer hat sich da entgegen entschieden. Und dann nur noch seit dem 21. Lebensjahr bei BSG Wasser 75 und bei Viktoria Friedrichshain Doppelspieler, seitdem ich 21 bin. Aber jetzt mit 35 ist irgendwann Feierabend, da macht man nicht mehr 60, 70 Spiele. Das geht nicht mehr im Jahr. Ja. Und das war so. Bei Stufi, okay. Danke dir, Dennis Herr. Auf jeden Fall, das war alles wahr, bis auf die Sache mit dem Profivertrag. Das war ein bisschen gefreestyled. Aber auf jeden Fall, das auch mit dem Erdbeben, ich habe alles auch erlebt dort. Ich bin auch fast ums Leben gekommen, wenn ich ehrlich bin. Wo warst du zum Zeitpunkt des Erdbebens? Ich war, zu dem Zeitpunkt hatte ich eine eigene Wohnung gehabt. Mit einem Kollegen haben wir die geteilt. Und neben uns ist alles eingestürzt. Unser ist zum Glück nur angerissen gewesen. Und ich war mitten in der Nacht, es war glaube ich schon zwei Uhr, drei Uhr. Wahnsinn. Das war wirklich, es war ein Schockmoment. Und ich war da gerade mal 18, 19 Jahre. Aber ja, aktuell kicke ich bei Waldhof Mannheim in der U21. Ja, ich bin auf jeden Fall, ich gucke auch viele Videos von dem Jam. Deswegen, es war für mich eine Inspiration auch gegen die zu spielen. Und ich probiere auch immer hart zu arbeiten. Und deswegen. Hast du Optionen, erste Mannschaft Waldhof? Gerade, aktuell, nein. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich kam ja, ich bin ja von Antep direkt gekommen. War dann wirklich sechs Monate vereinslos. Habe mich selber fit gehalten. Auch aufgrund, also danach bin ich halt, habe ich viele Probetrainings gemacht. Und zum Glück, Gott sei Dank, habe dann der Waldhof Mannheim mich angenommen. Und jetzt aktuell probiere ich da zu reißen, zu spielen und mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin noch jung, hungrig, ich will viel erreichen mit Fußball. Und ich probiere auf jeden Fall diszipliniert weiter dran zu bleiben und aus meinem Talent was zu machen. Auf jeden Fall, ja. Und ich kann er nicht in der ersten Mannschaft spielen. Ich kann er nicht in der ersten Mannschaft sein. Ich kann er nicht in der ersten Mannschaft sein. Danke dir, Kämer. Du bist ein Alter. Aber das finde ich auch geil. Vielleicht öffnet das auch so ein Mann Stüren für die ganzen Jungs hier, zum Beispiel. Er finde ich sehr gut. Er könnte auf jeden Fall in der ersten Mannschaft. Klar ist das jetzt was anderes auf so einem kleinen Feld, aber ihm kann man auf jeden Fall eine Chance geben. Er hat eine krasse Technik. Ich fand den echt gut. Und Waldorf-Mannheim ist jetzt keine Mannschaft, die keine Ahnung, die zweite Bundesliga spielt oder so. Das ist noch dritte, glaube ich, oder? Dritte Liga, oder ist das nicht so? Ich habe keine Ahnung, wo die spielen, genau. Wo spielt Waldorf-Mannheim nochmal? Da war doch Willi auch mal gewesen, ne? Dritte Liga, ja. Dritte Liga. 19, alles was ich erzählt hatte vorhin stimmt. TB, alles gemacht, Duisburg. Ja, Berliner Ausfahr war immer gewesen. Aber ich war nie in Wolfsburg. Das einzige Mal, oh 17 Bundesliga, als die uns 6-2 weggeklatscht haben mit Brandt. Aber nach der U19 dann Oberliga, Süd, Rathenow und ja. Danke dir, Jack. Also ich spiele zur Zeit kein Fußball. Ich habe in meiner Jugend Fußball natürlich gespielt. Hertha, Zellendorf, Viktoria, danach Dynamo, aufgehört mit 16. Und ich bin keine 32, ich bin 24. Hä? Ja, ja. Boah, du sagst jetzt 32? Was? 24? Ja, ich bin ein 90er Baujahr. Und ja, das wollte ich nur sagen. Du siehst, er ist einfach 6 Jahre jünger als ich, Digga. Du siehst schon älter aus. Ja, älter als 20, aber nichts mehr an. Siehst du so aus, seitdem ich 17 bin wahrscheinlich? Ja. Bestimmt. Alle dachten immer, ich bin Passfälscher. Ja. Oh, Weltklasse-Typ. Steig. Danke, Barry, ja? Danke. Barry ist jünger als ich. Danke, Bruder. Ich will nicht, also ich habe nicht mein Profi-Dubi bei Mainz gemacht. In der Jugendzeit war ich beim BRK und beim BFC Dynamo. Und momentan jetzt bei Blau-Weiß 18,90. Danke dir, Achmed, ja? Das meint doch BRK. Yannick, den Call, wo ich hatte, du kennst Marlon. Du hast mit Marlon gespielt, richtig? Ja, das stimmt. Also, ich war nicht bei Utrecht, ich bin auch 24, wenn nicht 28. Niemals bist du 30. Ja, ich werde 30 dieses Jahr. Herguck. Ich werde 30. Und genau, ich habe in der Jugend bei Mariendorf und Berlin AC gespielt. Dann zwei Jahre bei Leipzig. Also bei RB Leipzig. Dann die U19 bei Hertha mit Marlon zusammen. Und dann nach der U19 habe ich bei Brandenburg 03 gespielt, Berlin Liga. Und bei Optik Rathenow und Germania Halverstadt Regionalliga. Und dann hat es mit Verletzungen zu tun, bin wieder zurück nach Berlin. Habe jetzt auch angefangen zu studieren. Habe jetzt nebenbei erstmal in der Kreisliga gespielt. Dann bin ich in die Erste bei Lichtenrade. Und jetzt seit Winter spiele ich bei Mariendorf in der Berlin Liga. Welche Liga ist das? Berlin Liga. Berlin Liga. Ja, super. Danke dir, Yannick. Freunde, das war die erste Ex-Profi-Edition. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Checkt unbedingt die Giri-Kollegen ab. War echt Spaß gemacht. War ein geiles Finale. Komplett auseinandergenommen. Warum? Achso, wegen Jempilek. Was habt ihr gemacht? War Wahnsinn. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich glaube, den Zuschauern auch. Lasst gerne einen Like da. Lasst kostenlos einen Follow da. Supporten das Ganze. Folgt den Jungs gerne auf Instagram. Alle Kanäle sind auch mal in der Videobeschreibung. Machen alle Runden. Alle was mit Fußball auf jeden Fall. Seid ihr immer im Bilde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Geil. Ja, ich habe es am Ende leider verkackt. Aber ja, ich habe gedacht, dass die Profis da alle auch wenigstens mit dem Alter nicht lügen und sowas. Weil das ist doch für mich so der entscheidende Punkt, dass der niemals 34 ist. Der ist ja am Ende, glaube ich, 27 gewesen. Das ist ja immer ein Unterschied, ob der jetzt sieben Jahre älter oder jünger ist. Na. Na.